Im Fischland bei der Ernte. 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 ne? kleine fische und die müssen noch wachsen schulds beste freunde ein bisschen krebs ein bisschen krebs 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 Der war wieder weg. Ist weg. Ist weg. Ja, die Mögen haben das verpasst. Oh, da ist ich. Spät seid ihr Jungs. Edge, edge. Die zweite Räuse. Da ist die Spitze drauf. Da ist sogar Mini-Plattfische drin. Die müssen in zwei Jahren nochmal kommen. Was soll das denn? Jetzt ist mal den Fisch los. Die mögen sich alle. Jetzt noch mal sehen, dass er... Ich mach die auf. Was soll das den Fisch los? Der soll noch wachsen. Ich schneide ihn einfach durch hier, der Hund. Nach dem Motto, ich will. Du hast noch keine Schere mehr. Da hat er noch keine Schere mehr. Guck mal den Fisch nicht in Ruhe lässt. Und tschüss. Der freut sich. Noch ein kleiner Seeteufel. Könnt ihr nicht später wiederkommen? Und einen für gut. Zwei. Zwei für gut. Juhu. Neulich hab ich ein paar mehr. Aber wir haben ja eine. Eine haben wir ja noch. Die guten Fischgründe. Fischgründe. Oder entstehen sie wieder mit dem Wasser und Horn, die die guten Hornis haben. Hornheck. 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 Oder Forellen. Oder Forellen. Hornheck. 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 Die morgendliche Arbeit im Fischland. Hahahaha. Hornheck. Navy zusammen. Hornheck. Hornheck. Ich kannrostoto probieren. Hilke. Ich kann sicher eine disappears. Obvie für eine Erreichung bei der Machine. Das war's für heute. Und das Drehen der Kamera, das sorgt immer für die Special Effects. Damit man den Seegang auch über Video mitbekommt. Ich lach mich tot. Günstiger Seegang, ich soll mal schütteln. Ich muss mal raten. Ja. Zu spät. Meins. Jetzt habe ich die gleich auf dem Schoß. Jetzt habe ich die gleich auf dem Schoß. Genau. Ich habe noch ein Anker gefangen. Geht doch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen Fisch Das trommelt 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 wir sagen warum sie schmecken auch zu klein und jetzt fressen sie gleich den nächsten fisch bevor der aufgegessen wird oder sind zwei ich muss die Wiese Oh, man. Nun wird das interessant. Was haben wir da denn? Das ist eine Nadel, ne? Was ist das? Wie heißen die? Das ist keine Nadel. Das ist ein Stör. Der ist aber groß. Der muss noch richtig groß werden. Ja. Das ist ein Beifang. Interessanter Beifang. Interessanter Beifang, sagst du? Sie ist wohl. Krillfisch. 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 Und diesmal gar nicht so viel Krebse. Ne. Haben die Fische die Krebse gegessen? Ne, die sind auch fast normalerweise. Krillfisch. Ne. 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 Die sind auch noch wachsen. Ne. 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 Willst du weiter raus? Nö, draußen war ja nix. So ist man schneiden. Das war dann nur, ne? Ein Kammer von der Einräuse. So ist es noch nicht so. 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 Und so geht das den lieben langen Tag. So ist es noch nicht so. So ist es noch nicht so.